Moin Moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Wir sind gerade in Frankfurt losgefahren vom Flughafen. Flughafen auf dem Weg nach München. Ich werde gleich in Nürnberg rausgelassen, werde wahrscheinlich mit dem ICE nach München fahren und zwischen halt jetzt aktuell hier am Flughafen in Nürnberg. Einfach mal ein kleines und entspanntes kurzes Video. Mal schauen, wie viele Impressionen es gibt. Aber jetzt viel Spaß! Ja, das Wetter ist jetzt zwar nicht ganz so schön. Wir haben jetzt hier am P5 auf dem Parkplatz gehalten. Kurzparker. Ja, jetzt mal schauen, was wir hier so machen. Geplant ist es auf jeden Fall ein kurzes Frühstück, bevor es dann für mich weiter geht nach München. Und den Kollegen sehe ich ja dann erst am Mittwoch wieder in München. So sieht das nämlich aus. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, was es hier so zu sehen gibt. Da auf jeden Fall den Tower. Ja, meine Freunde von RobinTV. Ich bin jetzt hier auf der Flughafenterrasse vom Albrecht Dürrath Airport hier in Nürnberg. Ja, hier ist dein Abdach. Das heißt, ich kann halbwegs gut spotten von hier. Ein bisschen. Ja, mal schauen, was hier noch rein und raus geht. Ja, ist ja ein sehr kleiner Flughafen, wie ich finde. Ja, schauen wir einfach mal. Ja. 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 Nein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank fürs Zusehen, Tschüss!